Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Partnerautomata, dann wollen wir mal. Nö? Wir sollen ja schließlich den Wald erkunden. Dann machen wir das auch. Tja. Aber? Oh ja. Na dann. Wir wollen. Dann wollen wir. Ja, das war so klar. Das war so klar. Könnt ihr mich mal nicht mal was aufheben lassen? Was sind wir noch da? Nein, die Güte. Ja. Ja. Na, hier kommen wir wohl nicht durch. Ja. 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 Nein, bitte nicht! Emil. Das war Emil. Der ist süß. Und stark. Und momentan ein rollender Kopf. Mal wieder. Sieht wohl so aus. Ach joa, nee. Brauchen wir grad nicht. Dann wollen wir mal. Ja. Sie hat reich gekocht. Sie kann das besser als du. Ich war noch am Einsammeln. Ich war noch am Einsammeln. Vor 256 Jahren. Oh. Oh. Ah. Oh, ja. Oh, ja. Interessant. Ich hab trotzdem gerne weiter eingesammelt. Ja, natürlich ist es weg. Das ist das einzige was übrig blieb. Weil wir nicht alles einsammeln durften. Das ist gemein. Nur mit dieser blöden Katzi. Der hätte auch zwei Sekunden später starten können. Dann muss er nicht unbedingt das Looten unterbrechen. Ja, ja, ja. Wir müssen noch auf. Wir müssen noch auf. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Wir müssen jetzt zurück. Wir müssen jetzt noch weitergehen. Wir müssen die ganze Leben auf diese Sekunde. Für die Börse ist gekommen. Für die Börse ist gekommen. Für die Börse ist gekommen. Was ist mit diesen Leuten? Ja, nicht zu den sie sagen. Immerhin und so ist es. Immerhin mit. Ich meine, sie kann ja sowieso viel besser funktionieren als ihr. Lassen wir sie das mal machen. Während wir hier so ein bisschen noch einsammeln nebenbei. Okay. Ich glaube, da ging es lang, ne? Oder? Ah, ne, hier ging es nicht lang. Warte mal. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Da sind wir doch schon gar nicht mehr. Meine Güte. Das denn, ne? Da sind wir. Ja, wir müssen da lang, ne? Einmal hier so rum. Genau, da lang. Ja, ja. Ja, ja. Gut information now. Take position. Keep going. Don't be afraid. Ach komm. Ich sag doch, sie kann das besser. Okay. Okay. Genau, hier ging es lang. Einmal hier rüber. Ach, stimmt. Warte mal. Hier war doch auch was. Was war denn das denn? Ach, Mensch. Mensch. Lass mich doch mal hier kippen. Okay. Ich kriege da noch was rum. Ja. Hey, eine Güte. Darf ich jetzt hier gucken? Ja. Du verstehst das Wesen der Maschinen. Identifikation, Freund. Erlaubt müssen Beträgen erteilt. Ja. Er hat uns das letzte Mal nicht durchgekommen, ne? Hier durften wir das letzte Mal nicht rein. Ich bin ja mal gespannt. Das wird was ähnliches sein wie, äh... mit dem Wüstengedöns. Ja. Wieder eine Arena, ha? Überprüfe den Identifikationscode. Hm, was soll das? Identifikation bestätigt. Haben Sie jemals eine Maschine benutzt? Äh, was genau meinen Sie damit? Sie sind also neu. Zum ersten Mal in der Arena. Ja, aber... Wir tragen Meisterschaften aus Kämpfe. Wir suchen die stärksten Maschinen der Welt. Preise sind ausgeschrieben. Sehr gute Preise. Preise für Sieger. Teilnehmer tragen sich an der Rezeption ein. Was in aller Welt geht hier vor? Möchten Sie sich anmelden? Klar, warum nicht? Gut, gut. Ich trage Sie ein. Sie verstehen die Gefühle der Maschinen. Dieser Körper dort, den können Sie benutzen. Hm? Ich kenne diese Maschine. Ich habe früher schon einmal die Kontrolle über sie übernommen. Viel Glück, viel Glück. Welchen Rang möchten Sie herausfordern? Rang 1, ne? Sprechen Sie mit der Maschine, die Sie kontrollieren wollen. Möchtest du meinen Körper benutzen? Oh, das klingt ganz falsch. Welche Waffe werde ich benutzen? Freust du? Oh, ja. Oh, ja. Boop, boop, boop. Ach Mensch, mach doch mal was hier. Mengen Shia, komm. Huch. Gute Arbeit, gut, gut, hier ist ihr Preis. Diese Arena ist schwierig, aber ich gebe ich... Daher gebe ich dir die Belohnung schon eher. Bin ich nicht nett? Weitere Maschinen warten, noch stärkere Maschinen. Viel Glück, auf Wiedersehen. Ah, ja. Ja, nee. Shop. Hey, was suchst du denn? Ja, ich will mal gucken, was du hast. Oh. Das ist doch schon eher das, was ich suche, hm? Gucken wir doch mal, wie viel wir... Ach, wir können einiges, ne? Ja. So. Gucken wir doch mal. Weil wir haben ja ein bisschen was gesammelt. Können wir das ja auch mal ein bisschen, ne? Oh, das war viel. Ähm... Das war viel. Ah, die anderen Sachen sind ja nicht ganz so teuer. Teilweise. Ah, da muss man halt wiederkommen. Nö. Na, können wir uns das leisten? Gerade so. Ja, da gucken wir nochmal, ne? Das könnte noch, äh... Interessant sein. Frag nur nicht, wo ich meine Teile habe. Okay. Ja, ja, ja. Nee, mach ich nicht. Zum Aufrüsten der Waffen wäre das ganz interessant. Kommst du? Oh ja. Okay. Ja. Lauf da hin. Mhhh. Schön mitnehmen. Jaaaa... Komm! Ah ja, ist schon weg. Ach, da hinten ist noch was. Sag das doch. Okay, dann gehen wir das erste Mal weiter. Hm? Fahren das noch mal. Ah ja, stimmt da unten. Ah ja, stimmt da unten. Na komm, geht doch. Na, aber das steht im Nu wieder drin. Hm? Ja, stimmt, hier ging es da rüber. Tja. Frag dich das doch mal selbst. Äh, auch nicht schon wieder. Ich hab gedacht, das wäre eine Störung. Dass ich hier irgendwo, irgendwo reingebackt bin. Mach doch sowas nicht mit mir. Für 128 Jahre. Ich dachte schon, ich bin in den Boden gegritscht oder so. Und jetzt, er ist tot. Es ist tot. Es ist tot. Aber wir Royal Knights, noch haben eine Mission. Oh. Wir placed His Majesty's memory, His final memento, into this tiny child. Und jetzt, wir müssen diesen Kind sein, so er wird unser neuen King sein. Ah. Er ist ein Royal upbringing. Er ist ein Royal. Er ist ein Royal. Er ist ein Heiliger. Er ist ein Heiliger. Er ist ein Heiliger. Er ist ein Heiliger. Aha. Ist ja schön und gut, aber ich habe echt gedacht, ich bin gerade irgendwo reingeglitscht. Dass es immer so ohne Vorwarnung kommt. Vor allem, wenn ich mal gerade was einsammeln will. Wo ist denn das jetzt? Da lag doch noch was. Wo waren wir denn gerade? Das ist so nervig. Das ist so nervig. Dass man dann auch nicht da wieder steht, wo man gestanden hat, sondern ganz anders. Ja, dann komm her. Ja. Ja. Natürlich! Na geht doch! Na los! Na los! Gib mir mal einen Lut! Heiligüte! So! Sind wir schon wieder hier? Ein bisschen Zeit haben wir noch, dann können wir ja hier rein. Ja! Sieht so aus. Geh doch da runter! Mhm. Ernsthaft? Okay. Mensch. Genau hier geht's ja weiter. Nines... Huh? Wait, what did you just say? Roger that, Nines. Wait, no! That's not what you said! You said nines! Or at least something close to... Cut the chatter and engage the enemy. Ja! Äh, schon haben wir sie. Ah ja, stimmt. Was war das? Kann man eigentlich auch nochmal gucken. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ach, die ist ja schon leer. Die ist ja schon leer. Die auch? Was war das? Was war das? Was war das? Ja... Ach, vor allem Ernsthaft? Okay. Ach, da liegt noch was. Komm mal eher. Ja! Ja! Okay. Ja! 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 Na, komm... Lass dich die Hälfte lieben. Geht hier noch was? Nein. Okay. Dann kommen wir ja wieder in die Richtung. Okay. Ja, das wird auch wieder lustig. Ja, ja, ich hab dich gesehen. Ach, hier war das wieder, ne? Na, lass mal durchlaufen. Das bringt gar nichts, den hier besiegen zu wollen. Ach, nö. Ernsthaft, mitten im Kampf? Krieg ich so eine blöde Cutscene reingedrückt? Ja, dann mach wenigstens Sinn. Ah, vor vier Stunden. Nicht ganz so weit in der Vergangenheit. Ah ja. Ach. Hm. Oh ja. Tja, das lief wohl nicht so gut. Genau wie die Platzierung der Cutscene. Das soll nicht machen, Güte. Ja, und jetzt bin ich hier. Das ist ja super. Muss der Kampf von hier hin? Keine Ahnung. Oh, das ist ja so nervig. Das muss doch nicht sein. Meine Güte. Dann lass mich doch wenigstens da stehen, wo ich eben gestanden hab. Und stell mich nicht woanders hin. Und lass mich wenigstens da weiter... Ups. War noch runtergefallen. Da weitermachen, ne? Wo ich aufgehört hab. Dankeschön. Und da bricht mich nicht im Kampf. Das ist alles tut... Ich geh mal hier lang. Ja! Wie war das? Ich geh mal da lang. Ach, geh doch mal da hoch. Also doch hier lang. Ich hab das doch früher auch hinbekommen. Na, geht doch. Meine Güte. Ja, lauf! Warte, war da auch was? Meine Herren. Ist aber auch nervig. Ja, ich mag mehr Backstory, aber... Das muss nun wirklich nicht sein. Das ist einfach nur nervig. Okay, dann warte mal. Hier. Hier habt ihr ja immerhin nicht entgegenzusetzen. Und da ist er. Der Babykönig. Ja, irgendwie schon. Und das ist... Noch ein anderer Bekannter. Oder Bekannte. Ey, irgendwas. Tja. Tja. Nein! Wirklich. Ja. Tja. Oder dass wir das nicht hinkriegen. Bunker zu 2B und 9S. Ja. Genau, ey. Tja. Schwierig. Ist mal gut, dass wir so viele Heilungen gekauft haben. Und weg ist sie. Tja. Tja. Ja, irgendwie schon. Na. Muss nicht sein. Ja. Ist auch besser so. Operator. This is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. Mhm. I'm sorry, Commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander. Why did A2 desert the force? I'm afraid that's classified. Oh. Oh, yeah. Huh. 2B? Yeah. Let's go ask Pascal about A2. He might know something. Alright. Alright. No, ich glaube schon wieder was. Whether in wind or rain. Thunder or snow. Or even amidst the rising flames of war. They were always together. Na dann. Dann machen wir das doch mal. Obwohl wir haben ja eigentlich die Diggensmöglichkeit hier. Obwohl wir können dann gleich das Tor aufmachen, ne? Wann das nochmal? Das war da doch irgendwo. Ach, das war hier, ne? Da? Hm. Das muss ja hier sein. Ach ja. So, wo ist denn das? Das muss ja hier sein, die Pascal öffnet für uns. Na dann. Ja, stimmt's hier. Wir haben schon von der abverschlossenen anderen Seite gestanden. Ja, ja. We will continue to stand guard. Okay. Mach das. Ja, hier haben wir schon gestanden. Tausende Male. Hm. Den Part können wir auch gleich beenden. Timer hat gerade gebimmelt. Wir sind ja auch gleich da. Hier hoch. Und dann einmal hier rum. Ah, ich muss nochmal hoch. Und gut, dass der so schön klettern kann. Ah, nochmal der Speicherpunkt. Da ist Pascal, also muss der hier unten sein. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, speichern wir erstmal und beenden dann den Part, ne? Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. 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 Ich will ihn. Ich meine... Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will ihn. Vielleicht ist wir nicht so anders, alles. Pod 153, ich versuche Sie zu halten. Fear not, A2! Ich kann das tun! Androids haben wir gegründet, um ihre Menschen zu retten. Even wenn es nicht sinnvoll ist, Sie müssen es tun. Sie sind die letzten Mitglied der Yorha. Das ist nicht der Operator. Es ist... Angelegen... Nostanzieren. Untertitelung des ZDF, 2020